Traction März-April 2019. Jetzt im Handel mit Jahres-DVD mit 32 Clips und 3 Stunden Gesamtspielzeit. Und diese exklusiven Inhalte erwarten Sie. Alles kann, nichts muss. Doppeltest mit den John Deere 5125 Air Command 8 und Command Quad. Auf Augenhöhe. Erster Fahrbericht mit dem neuen Versatile 610 DT. Einer für alle Fälle. Arbeitsprobe mit dem innovativen Dixon Vario Field und dem Dixon VF Single. Schwerer Vierreiher. Arbeitsprobe mit dem Lämpen Karat 12500 KUA. Komplexe Kombizange für Minimalisten. Praxistest mit der MSURI ProTIL 4T Select. Dazu erfahren Sie, mit welcher Technik das Lohnunternehmen Fischer die Möhrenernte bestreitet und weshalb Triebachsen wieder im Kommen sind. In der Marktübersicht finden Sie alle Agrarradlader oberhalb von 3,5 Tonnen Einsatzgewicht mit Daten und Preisen. Und in der Rubrik Gebraucht erfahren Sie, welche Stärken und Schwächen die erste Generation 300 Vario von Fendt aus zweiter Hand hat. Unsere Auslandsreportage dreht sich dieses Mal um den Rapsanbau im Iran. Einem unterschätzten Land im Umbruch. Dazu bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten Landtechnik-Modellneuheiten 2019 von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Dies und vieles mehr ab 7. März im Abo und im Handel.